So, hallo und da geht's weiter bei Mega Man 6. Wir haben das letzte Mal Nightman erledigt in einem etwas längeren Part und kümmern uns heute um... Tja, puh, weiß ich nicht. Äh, ach komm. Gucken wir uns Blizzard Man an. Der fährt Ski. Na, ist ja toll. Meister des Schnees. Na dann. Ähm, Mega Buster. Und los geht's. Skifahren ist übrigens toll. Wö, Robben. Robben im Schnee, naja. Ach, die Dinger hier wieder. Na toll. Okay. Stirb. Aua. Achso, na gut, mit so Schneekugeln. Okay, dann macht's ein bisschen Sinn. Oh, das Leben hätte ich natürlich gerne. Aber da komm ich gar nicht ran. Ich glaub, da brauch ich die... Ja, da brauch ich die Schnee. Will ich da hoch? Natürlich. Probieren muss ich's. Jetzt komm ich da gar nicht mehr hoch, ne? Doch. Hui. Und, was ist da oben? Energie auf jeden Fall erstmal. Und... Und das war's. Toll. Okay. Naja, und es war ein etwas sicherer Weg als der andere. Das kann man ja vielleicht noch dazu sagen. So, rutschen wir hier mal. Dass es hier so rutschig ist, gefällt mir nicht. Das könnte noch böse enden. Stirb. Da oben komm ich... Wir können mal gucken. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da brauch ich Feuer. Ja. Okay. Lass mich. Danke. Du nicht. Ja, jetzt brauch ich nicht die riesige Energie. Die könnte mir geben, wenn ich es immer wirklich wieder brauche. Aua. Der Block hier sieht auch so aus, als ob er kaputt gehen würde irgendwann. Naja. Oktopus schon wieder. Ach, der hat mich doch vorhin schon genervt. Stirb einfach. Stirb einfach. Ach, komm ich gern einfach durch. So. Ganz ehrlich. Oh Gott. Eissprünge. Im Rutschen. Wow, okay. Das ging ja. Wird aber bestimmt noch... Schlimmer. Ah, okay. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich könnte man irgendwann... Irgendwann an diese Stacheln da rankommen. Ah ja, hier jetzt zum Beispiel. Mist. Oh Gott. Aber wie hau ich den Ding jetzt weg? Jetzt schnell. Ah, fuck. Na gut, Backdown habe ich ihn nicht, aber zumindest... Okay. Jetzt muss ich hier warten. Oh, hier in der Mitte wäre es... Ach, okay. Da komme ich nur rein, mich das Eis kaputt macht. Kann ich jetzt knicken. Aber die Energie hier will mir auch nicht gefallen. Oh Gott. Ernsthaft? Und hoch. Und jetzt Energie nicht. Hopps. Okay. Nein. Da verrecke ich doch jetzt. Scheiße. Das kommt davon, weil ich vorhin skippen wollte. Stirb. Oh. Das... Bin ich reingerutscht. War doof. Natürlich darf ich das U-Boot nochmal machen. Weil es so schön war. Okay, komm. U-Boot war jetzt eigentlich nicht so schwer. Man muss nur ein bisschen aufpassen halt. Vor allem hier. Das ist doof. Dann springe ich einfach durch. Weil ich schiff. Dann stirb. So, dann habe ich auch noch genug Energie. Nein! Das war blöd. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Das war doof. Das war saudoof. Okay. Jetzt habe ich für den Boss nur noch ein Leben. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh Gott. Hier, das muss ich so hoch. Ach, da habe ich nicht drauf. Mann, das war unnötig. Das war wieder ein unnötiges Leben, was ich verloren habe. Und dann komme ich jetzt auch mit relativ wenig Energie zum Boss. Das ist natürlich auch nicht geil. Aber an sich geht die Stage. Uah! An sich geht die Stage. An sich geht die Stage. Ich stelle mich halt nur wieder an wie der letzte Match. So. Aber das kennen wir ja auch. So, du jetzt hier wieder. Mit deinen scheiß Raketen. Ach. Nicht zu viel Energie verlieren, verdammt. Oh Gott. Mach du erst mal bumm. Und dann machst du erst mal bumm. Und dann springen wir zum Boss. Aber den müsste ich jetzt weghauen, ne? Verdammt. Ob das was bringt? Ich glaube es ja nicht. Obwohl Eis. So was Hartes gegen eins. Guck mal, fahren wir eine Runde Ski? Ja. Ja. Ja, jetzt. Nein, das ist es nicht. Scheiße. Okay. Das vielleicht. Nein. Hätte mich auch gewundert. Ja, dann bin ich jetzt tot. Au. 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 Jetzt ist die Frage, schaffe ich den, wenn ich nochmal hingehe? Ich weiß es nicht. Ich würde lieber einen anderen probieren. Ich würde lieber nochmal einen anderen probieren. Und zwar Windman. Das müssen wir mal auf jeden Fall alle Stages irgendwann gesehen haben. Und dann gucken wir halt, was wir machen. Okay. Ein paar andere Bären. Wiley, du bist so ein verrückter... Obwohl, war es Wiley überhaupt hier der Boss? Ich weiß es gar nicht. Also der... Wahrscheinlich letztlich schon wieder, aber erstmal wieder ein anderer. So, hopps. Ach, hier schon wieder sowas zum Kaputtmachen. In jeder Stage sind diese Dinger zum Kaputtmachen. Gibt es gar nicht, wie oft die das eingebaut haben. Ja. Ich glaube, dir geht es zu gut. Alter. Danke. Alter. Oh Gott. Gut. Ach, ihr wieder. Die Energie hätte ich natürlich gerne. Wer hätte es gedacht? Und... Ach, einfach durch. Uah. Ab dafür. Okay. Die stürmen wenigstens instant. Die stürmen. Die sterben wollte ich natürlich sagen. Oh Gott. Nicht nach oben. Nicht nach oben. Oh Gott. Ach, zum Glück war ich da gerade noch unverwundbar. Was wirst du? Das übe ich gerade mal. Erstmal vom Timing her. Okay. Okay. Wenn da jetzt nicht noch Gegner dazukommen, dann geht das. Okay. Das ging. Das ging. Das wird aber wahrscheinlich noch schlimmer. Ich muss da durchrutschen. Das machen wir gleich nochmal. Mit mehr Energie ist das dann ja eh kein Problem. Okay. Das war echt ein geschenktes Leben. Das finde ich gut. Und geschenkte Energie. Und das hier gefällt mir auch. Du bist schnell weg. Gut. Noch ein Panda. Jawohl. Und auch der gefällt mir gut. Der jetzt nicht so, weil er mich getroffen hat. So. Oh, du gefällst mir gar nicht. Dich, du leckst. Du kannst mich mal. Und ihr. Scheiße. Diese Raupen, ey. Stirbt. Na gut. Noch so ein Panda. Oh Gott. Der tötet mich jetzt wahrscheinlich gleich. Wie ich mein Glück kenne. Ach, diese Energie immer. Diese niedrige Energie. Oh Gott. Stirb. Oh, nee. Oh, nee. Ja. Verdammt. Es war so klar. Och, nicht hier. Das heißt allerdings, das ist das Positive daran. Das heißt, wir waren fast am Boss. Aber halt nur fast. Also nicht Energie verlieren. Zumindest nicht viel. Äh. Ja. Hab ich toll gemacht. Du nicht. Du auch nicht. Und der da jetzt erst recht nicht. Vergiss es. So. Und ihr auch nicht. Mist. Na gut. Das lass ich mir noch einsehen. Und du auch nicht. Okay. Sind wir ja schon wieder hier. Ja, das war knapp. Fuck. Du musst echt ein bisschen aufpassen. So, okay. Dich kriege ich weg. Zum Glück sind da oben über ihm noch mal nicht nicht noch mal stacheln. Das wäre nämlich doof. So geht's ja. Ja, das. Ach, es war doch so klar. Und ich habe nur Leben. Ich habe zwei. Wo kommen die denn her? Alter. Ich habe doch nur eins eingesammelt. Achso, eins verloren. Stimmt. Aber es macht zwei. Denn drei minus eins macht zwei. So, was machst du denn, mein Lieber? Das ist auf jeden Fall nicht deine Waffe. Das ist auch nicht deine Waffe. Okay. Da sind wir uns ja, aua, schon mal einig. Au. Ich muss doch von dir wegkommen, wenn du so einen Windscheiß machst. Okay. Okay. Noch ein Leben, um es auszuprobieren. Und dann sollte es klappen. Sonst haben wir wieder zwei Fail-Zachen. Zachen. Aber die Stages gehen. Die kriegt man recht schnell hin. Okay. Jetzt kommen wir ja. Stirb. Und stirb. Und stirb. Nein, 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 nein. Und durch. Ah, fuck. Und weg. Ah, fuck. Da muss ich aufpassen. Ach, fuck. Lass mich. Lass mich. Mist. Ah, fast. Der geht, der geht, der geht. Der ist, der ist schon machbar. Letztes Leben, ne? Juhu. Ach, verdammt. Schauen wir mal. Hoffentlich klappt's. Wäre cool. Wäre sehr cool. Vielleicht ist es hier besser, so zu schieben. Uah. Nein, 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 nein. Weg. Nein. Wenn ich ihn verhindern könnte, dass er... Ah, fuck. Fuck, jetzt bin ich so gut wie tot. Scheiße. Nein, 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 nein. Ich muss verhindern, dass er schießt und dass er mich trifft und... Ja, gut, das... Uah. Nein. Das war ein unnötiger Treffer. Nein. Schade. Er geht aber. Er geht, aber er wäre machbar. Mist. Haben wir wieder einen Fail-Part. Naja. Also was heißt Fail-Part? Ich meine, die Stage haben wir geschafft. Wir wissen, wie es hier geht und das ist ja schon mal ein Erfolg. Vielleicht. So ein bisschen. Jetzt bleibt nur noch der und dann müssen wir uns für einen entscheiden. Oh Gott. Naja, ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zuschauen und sage Tschüss.